Wir haben drei Konzerte heute Abend und es fängt an mit einem Trio. In der Mitte ist eine Band mit Musikern von ganz vielen verschiedenen Ländern. Moment, ich brauche meinen Spickzettel. Der Karate Urio Orchestra, das sind also acht Leute von Belgien, Frankreich, Vibral her. Und am Schluss haben wir nochmal eine Gruppe aus Schweden. Wir hatten jetzt relativ viele skandinavische Gruppen. Anna Högberg Attack, mit denen schliesst das Konzert ab für heute. Morgen geht es natürlich nochmal weiter, da geht es um 5 Uhr schon los. Aber jetzt kommen wir zum heutigen Abend. Also wir fangen an mit einem Trio, Julia Kierre Trio. Julia Kierre kommt aus Dänemark, hat relativ lange in England gelebt und ist jetzt gerade wieder zurück nach Aarhus. Sie spielt das alte Saxophon und Querflöte und sie spielt mit dem John Edwards am Bass und dem Steve Noble am Schlagzeug, beides von England. Wenn Ihnen das gefällt, hat es da hinten auch eine CD von dem Trio. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Vergnügen mit dem Julia Kierre Trio. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Vergnügen mit dem Trio. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Vergnügen mit dem Trio. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Vergnügen mit dem Trio. Musik 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 Amen. 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 Like the music, it is in the CD-Bar. And yes, so thank you very much. And I'm looking forward to the rest of the evening. There's some really brilliant bands coming on. So yeah, thank you so much. Thank you. Thank you.